In einem fernen Sternensystem, irgendwo in der Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart, existieren sieben bewohnte Planeten. Jedes Jahr beginnt nach der langen Polax-Zeit, die in etwa unserem irdischen Winter entspricht, für hunderte von kleinen Raumhandelsfirmen ein neues, hartes Geschäftsjahr. In der recht kurzen Solax-Zeit, unserem Sommer, gilt es den Planeten lebenswichtige Materialien wie Öl oder Wasser zu importieren. Doch dies ist leichter gesagt als getan, besonders für einen Raumhändler wie dich, der ganz am Anfang steht. Alles, was du besitzt, ist ein schnelles Raumschiff und ein mageres Startkapital. Aber wie sollst du dich mit diesen so begrenzten Mitteln gegen die große Konkurrenz durchsetzen können? Deine Geldmittel reichen anfangs gerade für einen oder zwei Transporter. Doch wenn du Geschäftssinn beweist, wird sich deine Finanzlage in absehbarer Zeit erheblich bessern. Dann jedoch gilt es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Wer schafft es, seine Rohstoffe als Erster durch den mit Minen, Nebel, Raumschiffen und feindlichen Transportern blockierten Weltraum ans Ziel zu bringen? Sobald die Schonzeit vorüber ist, wird das Chaos perfekt. Wer ist der Erste auf Messen und unterschreibt dort gewinnbringende Verträge? Wer holt sich die begehrten Prämien für besonders gute Belieferungen eines Planeten? Ist es sinnvoller, eine Feuerversicherung für die Lagerhalle abzuschließen? Oder sich ein Notstromaggregat für das Raumschiff zuzulegen? Fragen über Fragen. Doch du wirst die Antwort darauf finden. Mit Anbruch der nächsten Polackszeit endet das Spiel. Gewinner sind alle Spieler, die einen so großen Gewinn erwirtschaftet haben, dass ihr Unternehmen weiter bestehen kann. Doch Gewinner ist nicht gleich Sieger. Dieses Geschäftsjahr mag für den einen Spieler etwas besser gelaufen sein. Doch wie sieht die Sache in der kommenden Saison aus? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020